Hallo und herzlich willkommen zu einem neues Video Master Builder und heute ist mit dabei Zombie Girl und sie sieht man sich anders an an Step Winterskelet, wir haben eben gerade Dings gemacht, hier Dings ihr wisst ja, hier heißt es nochmal, Zombie Girl, Battle Minigame, so heißt es, ich bin eine Katze, der Asken ist auch noch, ich habe beide so ein Dings gemacht, ich bin auch eine Katze, aber du bist nicht einer, die ich gemacht habe, leider, schade, warum bist du kein Zombie eigentlich, egal, wir bauen heute kein Tannenbaum, denn wir bauen, ähm, wie wäre es mit einer U-Bahn? Ja, eine U-Bahn, ne? Okay, wir holen die Minute, also bis gleich. Wir haben hier sechs Minuten, hier, man sieht es nicht, leider, ich stelle die Minute einfach hier und es geht los. Ähm, was nochmal, was nochmal bauen wir? Eine U-Bahn. Ja. Ähm, Wikenzine, das habe ich hier vollkommen vergessen. Oh, oh, es kann keine U-Bahn bauen, es ist mir gerade aufgefallen. Doch, als du klein warst, warst du ein U-Bahn-Fan. Ja, stimmt. Du bist so ein Verräter. Auf jeden Fall, ne, sind diese Big Planet-Videos rausgekommen, zwei Stück. Da habe ich einfach mal Awani gespielt, ich wusste nicht, was es ist, ne? Es ist sehr langweilig, muss ich sagen. Aber du kannst es mit mir spielen. Du kannst es mit mir spielen. Ja, wir spielen das wieder mit Zombie, wir haben nichts gespielt, nur den Anfang, der hat uns sofort getötetet. Ich wusste überhaupt nichts. Jetzt, wer ist das denn aufgefahren? Ne, Leute? Ja. 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 Es ist ja bald Weihnachten, Zombie-Girl, oder? Ja, du weißt es gut. Nicht, dass du, gut, dass du nicht so ein Zombie bist, der nichts weiß. ist. Bist du traurig? Guck mal, ich sehe so gut aus. Ich sehe, wie dieser... Ding. Green, ne? So crazy. Okay. Ähm. Nein, ich sehe, wie eine Katze aus, die gerade an einer Party war, ne? Mhm. Na, wo ist das drin? Ich glaube, ich gewinne das sogar nicht, ne? Deswegen bin ich mit einem richtig schlechten Obern bauen, muss ich sagen. Aber du hattest die Idee. Danach, dass du was ins Heim gut wäre, wenn du was vor Weihnachten ins Heim ist. Hä? Okay. Ähm. Ich baue da gerade ein drängen, was, was es nicht versteht. Wie viel Uhr? 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 Mama gucken. Ja, so sauer. Wir haben drei Minuten. Lohnt sich überhaupt nichts. Wirklich. Oh nein, bei der U-Mann. Oh nein. Ich hab glaub ich versagt. Ich hab meinen U-Mann. Das Gressel ist. Meine ist eine Tonne. Siehst du dros! Und du hast halt eine I-I-C-E gebaut. Ich hab fast ein I-C-E gebaut. Du sollst. Ne. Nein. Die sieht gruselig aus. Äh, ich baue noch ein riesen Dach da, dass man das Holz nicht näht. Oh, das sieht gruselig. Das sieht richtig schlecht aus. Das hat nur alles für Masse, dieser kleine Stock da. Stark? Stark. Hier machen wir mal eine Katze. Ich meine Stark. Warte mal, antwortest du? Warte, stopp. Wir machen mal hier einen Enderman, der in der Wand drin ist auch okay. Dann machen wir hier Katzen. In der U-Bahn ist ja egal, was passiert hier. Und wir machen so, dass die U-Bahn gerade brennt. So machen wir. Ja. Also ich finde, meine sieht irgendwie aus. Okay. Ähm. Zombie Girl, wie sieht's denn bei dir aus? Gut. Bei mich jetzt nicht. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin richtig lange nicht mehr U-Bahn gefahren. Ist mir gerade auch gefahren. meine U-Bahn ist richtig schlicht. Da spielen sie auch nicht. Ne? Die Minute ist um. Ich würde sagen, wir gucken da eins, wir gucken da eins, wir gucken da eins. Okay, komm zu mir. Die Katze hat nicht so schön gebaut, leider. Und du hast mal eine Idee geklaut. Ich... Nein! Ich hab die Schienen vergessen. Sie sind doch nicht so einfache Stücke, die da liegen. Und die U-Bahn... Ich hab das Schlicht vorne vergessen. Nein! Ich hab alles vergessen. Ich gebe mal als Katze... Ich geb dir kein... Kein richtig gutes. Vielleicht... Okay! Geld! Vielleicht kann ich dir auch Geld geben. Wir gucken mal das an. Gelb. Der Verlierer, ne? Egal. Und da... Das ist ja ein Haus, der hier fährt! Nö. Der richtige Haus hier! Tadam! Leute, ein Haus ist in den Zielen gegangen. Leute! Das ist Kamera! Wir fahren gerade geradeaus gegen die Wand, gegen Annabelle. Annabelle ist der Lieblingsstar vom Jahr. Ich weiß nicht, welcher YouTuber das ist, aber der ist richtig toll. Das ist mein Lieblings-Youtuber. Was gibst du mir? Na? Na? Es gibt dir... ...ein Rot. Oh, genau. Es gibt dir ein Blau, ne? Richtig gut, Summer. Also, wir sehen uns bis gleich! Jetzt geht's weiter und Zombie Girl hat sich gestimmt überlegt, was sie bauen will. Oh! Erstmal speisern, speisern und die Minute machen wir wieder auf. Sechs und es geht los! Okay. Jetzt guck mich bitte und klau mir die Farbe. So. Ich denk lieber anders nach. Ohne Nachrichten, ich hab gerade auf mein Handy noch eine. Noch eine. Noch eine. So viele. Noch eine. Riecht nicht darüber. Nein! Was musst du dir alles angucken? Ich... Das ist so. Das Signal ist Hauber. Der alte, gute Hauber. Und was ist denn mit Skalett? Der ist loser. Alte, gute Hauber. Der ist loser. Wow! Noch eine Post. Noch eine Post. Bitte Hauber herauf! Nicht mehr. Es reicht. Das ist Reis. Oma. Das ist Reis. Hast du verstanden? Ja, sag ganze Zeit. Oma. Baby, das gibt's auch. Es ist ja auch... Hör auf, das ist so eklig. Wenn du vor meine Kamera einfach deine Saba reinflüchterst. Ich hab keine Saba. Meine Saba existiert gar nicht. Okay. Leute, ich wollte wissen, wer hat alles nach Hause einen Kalender? So einen Kinderkalender bis zum 24. So. Wer hat das eigentlich? Wollte ich wissen. Wegen... Zombie Girl? Hast du das? Ja. Ja. Ich hab das auch, wenn ich ehrlich bin, ne? Weil... Ich hab nicht Lust auf meinen Elfen-Kalender zu gucken. Das ist langweilig. Ich will auch bisschen Nassi-Nassi haben. Weil ich kauf mir ehrlich gesagt fast nie Gummibärchen. Ne? Falls du weißt, ne? Ich kauf mir das fast niemals. Ne? Ist so leider. Warum ist das so? Warum ist das so? Ja, wegen ist es so. Nach Hause... Also ich esse... Also ich esse fast nie Gummibärchen und da hol's mir einfach diese Gummibärchen Schokolade. Weil Schokolade echt lecker ist. Ne? Und Kalender ist auch nicht für Kinder oder so. Große können es auch haben, ne? Viele sagen... Aber ist peinlich. Ne, es ist nicht peinlich. Das ist so. Große haben das auch. Aber du kannst. Mein Geschenk ist fertig. Ich kauf noch mal... Eine klitzekleine Sache. Ähm... Ja, sorry Girl. Was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Ähm... Weiß ich nicht. Wünschst du dir Parfüm? Ähm... Was wünschst du dich? Also ich wünsch mir... Ähm... Du traust dich? Ich wünsch mir so... Zum Beispiel... Ein Deutsche habe ich mir selber bestellt, ne? Hat jeder, glaube ich, auch gesehen. Ich wünsch mir... Jetzt wärst du umkippen. Ähm... Ich kann nicht umkippen, weil ich bei einem Stuhl sitze. Ne... Auf jeden Fall keine Pace, Vital. Sondern ich finde es langweilig, ne? Tendo! Ne? Es ist so, dass es mir wünscht, ne? Es werden viele böse Kommentare. Einfach mal ein Buch, ne? Über Endermans. Das ist... Das ist mehr Endermans. Wenn... Hier... Dieser Endermans muss... Lies Bücher, wo das steht. Einfach Endermans. Und dieser Endermans... Der... Will es einfach... Aber es wünscht mir nicht nur ein Buch. Es ist wirklich, wie gesagt, auch langweilig. Es wünscht mir auch, natürlich. Ähm... Noch 17 Sekunden noch haben wir. Okay. Zehn Sekunden. 2... 4... 3... 1... Was? Ende. Ende, es ist fertig. Jetzt gucken wir diesmal als erstes deins. okay es kommt zu dir du hast vergessen hier so zu machen hier so diese sei egal nein ist egal doch ist kann aber warte leute auf jeden fall auf an gas du kannst es auch öffnen eine spielplatte sowas habe ich mir nicht gewinnt ich guck mal meinen saal ich hab mir was viel besseres gewinnt für mich ja für dich ein schick das bin ich okay ich öffne es okay hier ist ja kaufen kaufen ich war so nett zu dir es ist auf jeden fall wenn euch dieses video gesagt gefallen hat mit den neuen endermädchen und kerzen dann schreibt in kommentare das bin ich und kackhaufen also bis zum nächsten mal haut rein leute schau er muss kotzen abonniert diesen kanal falls ich noch nicht gemacht habe alle die diesen kanal gucken like diesen video alle tausend millionen alle liken und abonnieren dann haben wir sehr viel und abonni also schreibt kommentare also bis zum nächsten mal haut rein leute schau leute